Hallo Na und willkommen zu dem zweiten Video auf dem Kanal SuperSecretTV. Heute bin ich mit LevataLPyoutube dabei und CarinaFregel23. Sag mal hallo. Hallo. Hi. Übrigens, ich nehme auf dieses Mal. Ja, ihr seht dann die Aufnahme in seiner Position. Was gilt? Was? Wie geht das denn? Suizide. Machen Sie schon mal. SuizidTV, der neue Kanal. Und ja, wir werden heute MyFighter spielen und hoffentlich gewinnen wir diese Runde. Ja, und später dann werde ich noch andere Aufnahmen machen mit Levata. Wir werden dann noch ganz viele andere Sachen machen. Und ja, viel Spaß mit dem Video denke ich mal. Irgendwie ist das dunkel bei mir. Wirklich? Ja. Stockdunkel, also nicht stockdunkel, aber in der Aufnahme wird es wahrscheinlich stockdunkel sein. Oh nein. Ich bin nicht der YouTuber dieses Kanals. Wir werden zusammen diesen Kanal leiten. Das bedeutet, wir sind beide gleichberechtigt. Moment mal, Moment mal. Leo ist nicht der YouTuber dieses Kanals, aber wir sind beide gleichberechtigt. WTF? Und ja, dann gibt es nicht nur einer, der den Kanal leitet. Genau. Und hier, das ist übrigens die echte Frau von Shaman Let's Play, die wir dabei haben. Ja. Ganz genau. Ja. Auf jeden Fall. Ja, genau. So ist das. So ist das. Geil, 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 geil. Ja. Genau. Wieso ist das so dunkel? Digga, keine Ahnung! Ist es bei euch hell? Nee, was ich. Ja. Ist es nicht so ein Auto-Light-Ding-Spom-Stat, das alles hell macht aus Automatisch? Das ist alles hell. Ah, hell. Perfekt. Ich habe Bad Rock gefunden. Nice. Geil. Ähm. 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 Nun, was macht die so? Mein Vater spielen? Ja. Ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden. Ähm. Ähm. Geht das hier irgendwie deutsch oder so? Also, es sieht jetzt nicht so aus, als ob hier ein Raum oder so wäre. Ein Raum, gar nichts. Ich denke, wir haben verloren, oder? Ähm. Es sind eh nur noch zwei Leute. Ähm. Oh, stimmt. Dann haben wir gewonnen. Hallo. Was? Dann haben wir gewonnen. Es ist alles gelieft. Ja, lol. Sie sind so früh aufgefallen. Lol, die bringen sie, die machen einfach alle committed Suizide? Ja. Das ist doch behindert. Dann dürfen wir es nicht schließen, ja? Ja. Ja. Machen wir auch eh nie. Ne? Das ist so lustig, als wenn man abbaut von hinten. Man wackelt mit dem Ars. Au. Nice. Mein Lieblingsraum ist der größte von allen. Achtung, ein Creper. Ein Creper. Wo Creper? Tot. Nein, meins. Ich habe alles weggenommen, Moluk. Ja, habe ich 17-fach. Ja, du hast den Moluk. 17. Einfach 17-fach verfischt gefallen, Alter. Können Sie bitte hier weggehen, ich meine Eisen? Du. 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 Habe ich reserviert von Anfang an. 50 Euro, um das alles nicht zu reservieren. Alles klar. 50 Euro pro... ...Jahrhundert. Das ist mit dir heute los, ne? Das ist mit dir heute los, ne? Bei mir gibt's keine Realität. Nur Fantasie. Ja. Ja. Dann... Nuclear Airstrike. Das ist wirklich eine der ruhigsten Folgen der ganzen Welt, die ich je aufgenommen habe. Ja. Ja. Wie sieht's mit dir aus? Ja. Sonst ist es immer Ragen und so. Wenn wir Ragen und so immer sagen, was du für eine H-U-R-E bist. Oder so. Oder ne? Oder... Was sie auf dem Heck hat. Ja, genau. Ja, genau. Ich finde alle ein bisschen scheuch. Ja. Wir kennen uns erst seit... Sagen wir 10 Minuten ungefähr. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, kann man so sagen, ne? Ja. Ja. Und was macht die so? So besser. Ha ha ha. Nicht passisch. Äh, äh, äh. Oh wir haben einen Kompass. Ich finde es hinter uns die Leute. Du bist du, du bist wie du angezeigt. Ja, ja, ja. Nein, die sind da hinten irgendwo. Auf jeden Fall einer. Jo. Was? Diese Runde ist safe geworden, außer sie haben einen Full-Dia-Crip. Ja, Full-Dia, genau. Vielleicht für die Brust, aber nicht Full-Dia. Nein, ich benutze den X-Ray einfach. Ja, genau. So, Pisser. Danke für das Holz. So, jetzt, das sollt ihr euch bemerken, dass ihr an meinen Ofen nicht ran dürft. Okay. So, danke für alles. Hier ist noch dein Zeug. So, alles so. Gut, es wurde schon alles, dass man im Ofen, aber was ich? Nein, das war ich. Das war ich. Was? Das war ich. Das war ich. Hab dir aber wieder alles gegeben. Ich hab dir wieder alles gegeben. Keine Sache. Ja, ich muss das Schild lesen. Wo ist man im Ofen? Ah, hier. Das ist mein Ofen. Wo ist man im Ofen? Wo ist man im Ofen? Aber hinten? Ich muss lesen das Schild da. Und dann weißt du, was da läuft. Okay. Jeder darf an meinen Ofen ran. Nein, 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 nein. Okay, danke sehr. Also, ich lese es nochmal vor. Ich kann nicht lesen, also habe ich geschissen. Oh, danke schön. Bitte. Ich habe einen Mushroom. Ja, ist das perfekt. Das schenke ich lieber auch immer. Der wird immer mega stolz auf mich. Und dein Vater auch. Ja, genau. Ich schicke in meinem Fall jedes Jahr zum Geburtstag so ein, so ein Mushroom. Bist du glücklich? Ich hatte was zum Überleben. Oh, Alter. Ja, ich kann endlich boospamen. Nice. Ich kann endlich boospamen, ja. Genau. Ja, also, wie, 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 wo ist man, ach, wirklich, ne? Wir reden hier ein bisschen wenig. Also, sollten wir jetzt, sollten wir jetzt hier so, ähm, Programm aufstellen. So, wer, wie, wer heißt so spielen, ne? Kennt ihr, oder? Ja, ihr kennt das. Also, ich heiße Spoon. Und wie heißt du? Du heisst Spoon? Ja. Spoon. It's a spoon on the way. And it's coming to break. Und wie heisst du Schneemann? Schneemann? Äh, dort hinten ist, ist, da sind, äh, seh, seh, ja. Wie heisst du jetzt? Oh, oh, Alter, ein Creeper direkt in den Stress probiert. Okay, Carina, Fliegel 23, wie heißt du denn? Äh, das gibts mir schön zurück. Dankeschön. Warte, warte, bleib mir stehen, bleib mir stehen. Warte, hier. Für dich. Oh, ja, danke vielmal. Es ist ein viel besseres Geschenk, als ich die gemacht habe. Du baust in Richtung Richtung. Oh, Gold! Oh, okay, kann ich abbauen, Jason. Ähm, okay. Was geht? Wir haben noch einen Geg- Nein, es ist hinter uns. Stopp, 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 stopp. Es ist hinter uns, es ist hinter uns. Es ist hinter uns. Es muss hier weiter bauen. Okay, ich will den Ball spammen. Nein, du bist gar nichts. Ah! Gib mal du halt weiter. Ah ja, ich hab auch, ich hab auch, äh, äh, Mädchen sind immer die Chefin. Immer. Nicht, aber trotzdem. Immer. Schwer. Du hast ein kleines Gesicht in deinem Skin unten. Ich liebe es so. Ich freeze du mich mal. Bitte das Gesicht. Nein. JUSSCHE FRNTSCHEJK. Ich fache das ein Problem, bitte. Warte, 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 ich hier. Ja, okay. Mensch und, meinett Körkel sagen. Das muss ein kurzen Screen machen. Ich will einen Moment gehen nach oben. Und jetzt und. okay gut danke der sollte hier hinten irgendwo sein beim kompass sollte der genau hier hinten sein wird er dreht sich auf diese richtung ist der ist dahinten jetzt hinter uns ist sie bitte da ich verstehe den kompass nicht die richtung da ist er entweder über uns oder unter und da schon eben dazu und war das ist der stelle des ordens oben an uns das über uns hinter uns oben ein bisschen weiter oben aber wir sind es hinter uns die richtung gold nein gericht abbauen doch man könnte ist richtig komisch versteckt vielleicht ist hier ein raum mein kompass spielte für verrückt er ist hinter uns entweder ist der ober von uns oder hinter ist sie mir da also irgendwie entweder ist er unter uns hast du haus danke hast du ihn gefunden ich habe auch nicht gefragt aber egal doch hat sie jetzt ein gang von nein das ist ein anderer gang ist von uns das ist farina ja wo bist du genau ganz weit oben ok 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 betagen ausrüsten ja jemand etwas zu wie weit oben ganz ganz schön weit nach oben ok gut ich bin mir jetzt bis zum bedrock bist du am bedrock ja war schon lange dort ist er nicht oben am bedrock ja ich habe ihn gefunden erst jetzt ja ich habe ihn gang gefunden wo bist du ja shit nein wo war ihr oben da 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 ja wie weit oben am bedrock oben fast am bedrock wie bitte fast ganz oben ok ok da brauche ich meine nach oben hieß der pia schule bitte der hat die schuhe oh wie toll wir haben aber ja ich sehe sein namen ich habe gar seinen namen gesehen ok nix 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 ich schwöre wenn der dann wenn der dann von dir ist dann oh gott nein greffel aber ich bin jetzt genau so hier oben ist er glaub und ist ja weiter nach oben wir müssen einfach in das raum reingehen dann noch haben wir ihn komm hinrecken wir oder wie weit oben ist denn der gewesen ob sie ist obsidian oder welche schaffte ich habe ich habe ihn ging ich ich habe ihn ich habe ihn getötet jay bravo dass man etwas geschafft in seinem leben nein ok ich gebe fall das zu machen leute die rechte partie fallen hat bewertung hast du auch an youtube kanal ok auf jeden fall ja schatten ich bin bei was ich kann die kanal hat zum nächsten mal und von dir auch